In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Netzwerkfestplatte über deine FRITZ!Box einrichten kannst. Wir öffnen dazu unseren Browser und öffnen das Fenster für unsere FRITZ!Box, indem wir diese Nummer hier eingeben oder alternativ fritz.box. Das ist ebenfalls möglich. Nun geben wir unser Passwort ein und melden uns an. Im nächsten Schritt gehen wir auf Heimnetz und dann USB-Speicher. Ich habe nun bereits meine Festplatte an meine FRITZ!Box angeschlossen und diese wird mir nun hier angezeigt. Wenn wir die Festplatte dauerhaft an unserer FRITZ!Box betreiben möchten, dann sollte man die Festplatte vorher formatieren und zwar mit dem Dateisystem EXT4, denn das basiert auf Linux genauso wie unsere FRITZ!Box. Und das sorgt dafür, dass wir damit einfach die beste Performance haben. Alternativ sind auch die folgenden Dateisysteme kompatibel. Möchtest du also deine Festplatte mit EXT4 formatieren, brauchst du dafür eine separate Software. Ich habe dafür diese Software hier genutzt. Man wählt dann die entsprechende Festplatte aus und geht dann auf Formatieren und hier kann man nun beispielsweise EXT4 auswählen. Nachdem wir also unsere Festplatte formatiert und dann unsere FRITZ!Box angeschlossen haben, haben wir die ersten Schritte bereits getan. Wir gehen dann weiter auf USB-Einstellungen und hier empfehle ich, den Power-Mode zu aktivieren, je nachdem welchen Anschluss man hier nutzt. Einfach um wieder die möglichst beste Performance rauszuholen. Danach gehen wir auf die Heimnetzfreigabe und aktivieren das Feld bei Zugriff über ein Netzlaufwerk. Wir können außerdem entscheiden, welche Benutzer auf dieses Netzlaufwerk Zugriff haben sollen. Ich habe hier meinen Standardbenutzer und könnte hier über dieses Feld weitere Benutzer anlegen, die Zugriff erhalten. Die Zugangsdaten von meinem Benutzer benötige ich außerdem gleich, um Zugriff auf mein Netzlaufwerk zu erhalten. Hier sieht man nochmal, dass ich nur einen Benutzer eingerichtet habe. Wenn ich auf den Stift gehe, dann können wir sehen, welche Rechte hier vergeben werden können und der Haken ist hier gesetzt. Alternativ könnte ich auch einen neuen Benutzer einrichten und auch hier muss ich zumindest hier die Rechte so vergeben, dass ein Zugang zu NAS-Inhalten möglich ist. Im nächsten Schritt öffnen wir den Windows Explorer und gehen unten links auf Netzwerk und hier finden wir dann unsere Fritzbox. Wir klicken einmal darauf und müssen uns nun mit unserem Benutzer und unserem Kennwort anmelden. Falls der Benutzer hier noch nicht richtig ausgewählt ist, dann gehen wir auf weitere Optionen und wählen hier ein anderes Konto aus und geben nun den korrekten Benutzernamen ein, sowie das Kennwort. Ich habe nun meine Daten hier eingegeben und dann aktivieren wir das Feld für Daten speichern und bestätigen das Ganze mit OK. Und schon haben wir Zugriff auf unser Netzlaufwerk. Das ist hier einmal der interne Speicher unserer Fritzbox und hier finde ich nun meine externe Festplatte. Wir gehen nun in diesen Ordner hinein und hier oben kopieren wir einmal den entsprechenden Pfad, denn ich möchte, dass diese Festplatte nun auch über unseren PC, also dieser PC hier, über dieses Feld hier erreichbar ist im Bereich Netzwerkadressen. Und dafür klicken wir mit der rechten Maustaste auf dieser PC und richten nun ein Netzlaufwerk ein, indem wir dieses verbinden. Wir können nun einmal einen Buchstaben vergeben für dieses Laufwerk und bei Ordner geben wir einfach den Pfad ein, den wir soeben kopiert haben. Dann gehen wir auf Fertigstellen und schon öffnet sich nochmal meine Festplatte. Ich mache das Ganze nochmal zu und wir können nun sehen, dass wir diese Festplatte dauerhaft verbunden haben. Das war es soweit von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Abonniere diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.